So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Sub-G-Mover und natürlich wieder mit am Start ist Darksider und der Dragon of Warcraft. Wir müssen raus. Und raus, raus, raus. Mike, mach da ein Zeichen. Was? Mach da ein Zeichen. Das hier? Mike, bist du eine Frau? Nein. Oh oh, vor mir fliegt eine Frau. Aber einen Typ haben wir ja dabei. Ja, aber hier ist eine Frau. Vielleicht ist das ja einer von uns. Nee, hier fliegen ganz viele runter. Hier fliegt eine Frau vor mir. Ich kann hier in den Rock gucken. Sie hat keinen Schlüpper an. Ah, hier kommen mehr runter. Nein, wir werden sterben. Wir werden nicht sterben. Wir werden sowas von kaputt machen. Ich flieg da hin. Nee, hier kommen ganz viele. Ich muss abdrehen. Ich muss abdrehen. Nicht abdrehen. Doch, ich muss. Scheiße, ich bin auf dem Dach. Ach so, das ist unser Teammitglied. Gut. AKM habe ich. Ich habe noch M416. M416. Ein komplettes M416. Ein komplettes M416 habe ich. Ich klaue ihnen hier die ganzen Waffen. M416. M416. Und Dierascope. Deine nächste aus. Und ein Auto, falls wir das nehmen wollen. Und sehr viele Benzinkanisse. Benzinkanisse findet man manchmal am Anfang. Und am Ende findet man keine. Ja. Habe ich noch nie eins benutzt. Die haben schon eins benutzt. Ja, ich habe die AKM. Einer wurde überfahren. Hat aber auch lange genug gedauert. Einer wurde überfahren. Einer wurde überfahren. Ich habe auch einen überfahren. Hier ist eine Pfanne Mike drin in meinem Haus. Hallo. Guten Tag. Unser Dude ist bei uns. Der hat eine SCAR. Wenn er stirbt. Falls er stirbt unser Dude, dann hat er eine SCAR. Ich habe die Mini. Gut. Ich komme zu euch. Perfekt. Ja, hier ist eine Tür offen. Rechts von mir. Ja, ich gebe dir Deckung drauf. Im Haus kann jemand drin sein. Ah, der läuft drüber. Der Typ. Ja, das Haus da rechts ist. In der Mitte das Haus. Also das von dem aus rechts. Da ist eine Tür offen. Ja, aber hier sind noch keine Türen offen. Passt jetzt mit drinnen. Okay. In meinem Haus war eben noch eine Pfanne. Ist egal. Eine Pfanne finde ich immer. Ja. Benutze ich eh nie. Ja auch nicht. Und den Arsch gerettet hat sie mir auch nicht. Obwohl sie das ja macht. Hier sind welche. Echt? Ja, hier sind auf jeden Fall viele abgesprungen. Also ich bin eigentlich gut ausgestattet. Eine der besseren Waffen. Die M16 sind nämlich eigentlich relativ in Ordnung. Die liegt eine SCAR. Einfach so. Hä? Hat der die wieder abgelegt oder was? Ja, ich glaube schon. Ah, jetzt habe ich die. Weil der hatte dann nämlich eine. Hier sind welche irgendwo. Jetzt habe ich eine SCAR. Ja. Ich sehe einen. Wo? Der ist da hinterm Ding. Eure Kirche? Ja. Ich pushe den jetzt von hier. Da vorne wird geschossen. Jawohl. Da vorne sind mehrere Leute. Ja. Braucht die Mini. Nimm die Mini, ja der pusht die. Da vorne wird geschossen. Ja, ja wir pushen die, der pusht die hier. Wenn wir, ich renne offen was fällt, ich baite die. Der ist da vorne. Der pusht die. Ja, der pusht aber gut. Der hat einen. Der ist fast dauernd, alter. Da hinter euch. Hinter euch. Hinter euch, der schießt mir. Der hat nicht geschossen. Hab einen. Da ist noch einer rechts. Wo? Er ist ins Haus gelaufen. Süden. Entweder ist er ins Haus oder ist rechts daneben. Nee, der hatte auch nicht viel. Es ging über von euch. Über? Hier ist der im Haus. Ich hole den jetzt. Ja genau, da ist der drinnen. Also darf ich ihn zumindest hinrennen sehen. Naja, der ist hier. Hallo. Das ist wirklich mal wieder so eine Runde, wo die Leute dir einfach ins Gesicht laufen. Der die Mini. Rufen direkt auf dich zu. Ja. Weil die Mini ist gut für das. Ich habe einen SKS. Der war auch gleich tot. Habt ihr da schon gelootet? Hier ist ein Toter. Ja. Ich weiß nicht, wo ich gelootet. Ja, den Toten, den haben wir glaube ich schon. Naja, vorne an der Straße. Und noch einer tot. Ja, den habe ich abgeballert. Nee, den habe ich noch nicht gelootet. Ja, der leuchtet noch. Nee, der wurde gelootet. Ja, ich habe den gelootet. Ja, ich habe den noch gelootet. Ich habe keinen Visier. Hat jemand noch einen Scope über? Ähh. Nee. Ich bin gleich da. Ich muss kurz eine Umfahrt. Wo ist denn der? Ich fahre Zeit hoch. Ich fahre Zeit hoch. Ich hole mir den zuerst. Hast du gesehen? Was denn? Hast du den umgefahren? Nein, nicht umgefahren. Aber ich bin dann ausgestiegen. Das sah bei mir auch voll witzig aus. Auf einmal bricht der zusammen, der Typ. Ja, ich habe den getroffen. Das ist noch einer. Das ist noch einer auf. 210, 210. Kommt auf dich zu. Ja. Wo? 210. 210? Hier ist keiner. Der ist gerade den Berg runtergelaufen. Ich sehe keinen. Doch nicht. Hinter den Bäumen war der. Hinter welchen Bäumen? Auf 210. Nee, 195 von mir aus. Es. Ich sehe keinen. Hä? Dann hat sie sich irgendwo hingelegt. Wahrscheinlich. Dann kann ich jetzt hier nicht weg. Ich gehe mal so auf ihn zu. Gehe ins Haus. 195. 90. Mhm. Also jetzt von uns aus Süden. Von euch. Wo seid ihr? Ja, dann muss er ja hier sein. Ich bin hier oben. Aber ich muss den hier noch looten. Ich bin hinter der Mauer da, Mike. Geradeaus zu. Geh mal hier hoch. Rechts. Rechts von dir. Dorfen wir uns aber verderben. Da ist er. Ach so, direkt vor mir. Ich gebe den Rest. Ich gebe den Rest. Hä? Es hat jemand geschossen. Ja. Irgendwo ist hier noch einer. Es geht an einer AKM und ein Zweifachweg. Wieso? Wo denn? Bei Straße. Da sind zwei. Ah, da hinten. Da hinten. Hab beide. Hä? Der kriegt aber noch. Das heißt, da müsste noch jemand sein. Hab beide. Hab fünf Geld. Da müsste aber noch einer sein. Hab fünf Geld. Müsste ja noch jemand irgendwo sein. Ja, dann waren das zwei verschiedene. Irgendwie passt das ja. Nee, nee. Das war kein Team gewesen. Wir spielen Vierer, ne? Unser Dude, der guckt nur so. Ja, dann warte mal. Vielleicht kommen da ja noch welche aus der Hütte. Ja, einer muss mitfahren mit mir. Komm, wir fahren die Looten, Mike. Äh, da unten steht ein Auto für vier, ne? Ja. Ich fahr die jetzt Lootenschiffe. Hey. Ja, warte. Dann steigt der auf. Ich mach... Wir nehmen einfach das Auto für vier. Fertig. Ne, die AKM. Ja. Oh, ne. Äh, irgendwie das doch. Das Auto. Ich warte. Da fährt... Da fährt... Da fährt... Da fährt... Da fährt ein Auto vor uns. Ja, das Mike. Ja, das Mike. What? Ja, man hört die. Da ist einer. Ja, fein um, fein um! Ich hab ihn kampfunfähig gemacht. Ja. Warte, der lebt noch, ne? Ne, der ist tot. Gut. Was hatte der? Der hatte nicht viel. Da fährt Dennis ein anderes Auto holen. Auf dem Vierer. Das ist mir zu unsicher hier in dem Auto. Na hier. Ja, genau hier. So hab ich einen umgedürchtet. Okay, wir können go. Wohin? Ähm, Richtung Süden müssen wir. Da Straße fahren. Ja, Straße, Straße, Straße ist gut. Vielleicht sehen wir noch einen. Ja, die Zone ist gleich da, ne? Wir müssten... Ja, wir müssen die Straße lang. Wir sind auch in der Zone. Mhm. Wir müssten kurz aus der Zone raus. Ja, egal. Ja, wir müssen ja hier über die Brücke, ne? Ja. Ja, ja. Sonst schaffen wir's nicht auf die andere Seite. Und dann rechts. Rechtsrum. Dann müssen wir in die Bombenzone. Oh, Zone kommt? Ne, dauert noch. Egal, wir fahren durch die Bombenzone durch. Wo fährst du hin? Ja, weiß ich nicht. Du musst rechts. Hier, wo? Ja, du musst da weiter zur Straße hin dann. Wieder. Ja. Komm, wir schließen das Auto da vorne an. Ja, schieß mal. Nein. Oh. Äh, lol. Wir sind durch den Baum gefahren. Ja. Wo fährt der hin, ey? Wie bekloppt das? In die Zone rein. Der schießt? Ja. Der schießt. Wieso schießt ihr? Ja, der, wo ist denn der? Der hat einen down. Ja, siehst du? Wo denn? Wo? Im Haus? Nein, der ist gegenüber. Von gegenüber wurde geschossen. Der war aber down, ne? Ja, kommt der nicht. Wir fahren weiter. Ja, down. Ja, das heißt, die anderen können im Haus sein, ne? Egal, wir fahren weiter. Ich hab so viel Munition. Egal, wir fahren jetzt irgendwo hin. Oh, Bombenzone. Nimm mich mit, nimm mich mit. Bombenzone? Nimm das andere Auto. Das ist besser, wenn wir mit zwei fahren. Oh, Bombenzone. Ich find das besser. Oh fuck, komm, wir fahren erstmal hier irgendwo rein. Ja, fahr zu den Häusern. Ja, ich fahr in die Zone rein. Wir müssen ja eh hier laufen. Da ist einer. Wo? Das ist kampfunfähig. Oh, wir gehen hier in die Zone rein. Ja. Erstmal, bis Bombenzone vorbei ist. Oh, guck mal, hier können wir looten. AKM. Wir haben eine SCAR gehabt. Aber der hatte nicht. Der hatte sogar Munition für eine Shotgun, obwohl er keine Shotgun hatte. Ey, wenn unser Auto wird zerstört, dann lach ich. Komm. Hör auf, bitte. Oh oh. Das ist nach. Das ist ja nach. Bitte nicht. Unser Auto. Und gleich kommt Mike hier rein. Das Auto explizit erst durch. Was zu Ende. Nein. Doch nicht. Das ist gemein. Scheiße. Das ist aber. Nein, ich bin mal nett zu den Typen. Jetzt ist es vorbei. Kann ich rein. Ich bin mal nett zu den Typen. Ich hab den jetzt mal mitgenommen. Ich hätte auch einfach fahren können. Wir müssen jetzt mal gucken. Warte mal. Wir müssen. Ey, wieso steige ich aus? Warte mal. Ich guck mal. Ja, wir müssen da in die Richtung. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Da schießt was. Ich hab kein Sprit mehr. Ich wohne ein Auto. Ich wohne ein Kanister. Hat einer Benzin? Nein, nicht. Nicht einstrengend. Da hinten ist ein Auto, glaube ich. Ja, da hat ein Buggy. Warte, ich bring dich hin. Hä? Bring dich hin. Geht schneller. Fahr mich nicht um. Dennis, bleib hier. Geh ins Haus zu lange. Wo ist denn der da rechts? Da. Entschuldigung. Warte, einen Vierer. Ja, den will ich haben. Ist das überhaupt einer? Ja. Ja, schmeiß mich nur kurz raus. Gut. Gut, kannst fahren. Okay, der loset gerade. Dennis, ich komme. War ja nicht Benzin drinne? Ja, keine Ahnung. Nein, war nicht. Oh, die schießen da hinten. Ja. Ich seh die. Die sind nicht weit. Die schießen sich gegenseitig ab. Komm, wir fahren da hin. Komm, wir fahren Kamikaze. Wir fahren hier um. Kamikaze. Wo sind die? Ich seh die. Da sind die. Schieß Dennis. Schieß. Da krabbelt einer. Ich fahr den um. 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 Hab ihn getötet. Dennis, auf uns wird geschossen. Fahr. Hab ihn. Nice, sauber. Das war das ganze Team. Ich muss mich kurz heilen. Ja, ich hab einen getötet hier. Das war das ganze Team. Ich und Dennis looten. Ich hab einen kill. Ich hab den voll umgefahren. Ich hab versucht einen umzufahren. Da haben wir dann aber ausgestiegen. Mike, that's the car. Okay, das Auto kann ich nicht mehr nehmen. Wir müssen uns das 4er nehmen. Ich kann das Auto nicht mehr nehmen. Ich hab's aufgebockt. That's the car? Ich hab die SKS, die ist besser. Die SKS ist besser, finde ich. Looten, looten. Alter, das soll looten hier. Hat der wenigstens einen Scope? Ein 8er? Zweiher bis hier. Ein 4er Scope. Boah, noch ne andere Waffe. Wird aber kein 8er. Boah, noch ne andere Waffe. Ein 8er wäre nein. Warte, ich muss kurz Energy pumpen. Ja. Ich lauf kurz im Auto. Ich lauf auch kurz. Dennis, komm. Bevor du losfährst. Warte, wo wird die Zone? Wenn die hier bleibt, dann können wir hier bleiben. Oh nein. Ne, die geht weiter. Schon voll nah. Ich bin da. Wo ist die? Ah, wir sind da. Wir sind genau in der Zone. Schule ist auch genau drin. Kann man Schule rein? Ja. Da ist Schule gehen. Warte, ich fahr hin. Können wir schön oben vom Dach ey. Der Squad streikt aus. Da passen wir leider nicht durch. Hier sind welche gestorben? Hier ist ein Toter. Ich geh aufs Dach oben. Ich geh auch aufs Dach. Hier hab ich gute Übersicht. Hier ist auch einer gestorben. Hier seh ich alles. Ist da wer? Ja, oben wer. Ah, ich seh den. Unten auf. Hab ihn. Unten am Baum. Ja. Wo denn? Äh, SE. Genau SE. Hab ihn. SE ist hinterm Baum. SE hinterm Baum? Ja. Da ist nur ein Baum. Der so ganz vorne steht. Ja, da. Einer müsste jetzt nicht hier springen. Ja, ich. Der eine ist da. Ja. Da ist noch einer. Da waren zwei. Hinterm Baum. Alter wird gleich. Bombzone! Ah! Nein! Und schon ist nicht gewalt. Aber es geht nur hier hin. gut. Durch die, durch die Decke gefallen. Ja. Ich muss mich heilen, Alter. Ich wurde einfach angeschossen. Ja. 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 Wie viele Kills hast du Dennis? 3 Wie viele du Mike? Äh, 4 Ach. Wie viele hat der andere, weiss ich nicht. Ist rum, ne. Dann müssen wir das nicht nachgucken? Fühle nach? Ne, ne. Nee. Kann man, kann man nicht. Du kannst ihn aber fragen. Boah, Bombenzone ist übel. Loot Drop auch, ah Loot Drop genau bei uns hier vorne Ich hol mir jetzt die AK, ich hol mir jetzt die AK ein How much kills? Der schießt auch wo ist ein? Der hat ein Hier unten sind welche bei uns Der hat ihn sofort getötet Okay dann lebt er nicht mehr Ja ist klar Best of Achso da hinten ist der Loot Shop Ja ich seh das Mal jetzt willst du zum Loot Drop Eigentlich wollte ich hier nur looten Das ist gar Hat sich versehentlich mit der Splittergranate Ich werd angeschossen Warte ich muss weg, ich muss weg Nein ich sterbe Nein Komm hier hinter Schießt auf, warte ich versuch Die schießen auf mich Hier ist ein Auto Ich bin down, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich schaff's nicht Und tschüss ich bin tot Aber geile Aufnahmen Hätt sich mal mit ner Granate nicht geschossen ey Ich dachte die, wieso explodieren die in der Hand ey Hier sind zwei Hier sind in das andere Schulgebäude rein In die Turnhalle Der hat mich sofort down gemacht Das sind noch mehr Aber wieso läuft das vor mir? Warte ja, der pusht die jetzt Ne der geht ins andere Gebäude Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich Wo bist du? Ich bin in der Turnhalle Ne gut, er ist nicht down Er pusht ein Oh, der ist Ja, der ist auch down Wurde, kam vor Führung, der ist komplett down Ja, der stirbt jetzt, der stirbt jetzt Die kommen hier raus Links Der ist tot Der kommt raus, der kommt zum Fenster Kommt zum Fenster Der kommt jetzt rum Links Links Da kommt er Der ist da Pass auf, ausnehme dir recht Ja, der sieht dich Rechts Ich gucke rechts Da sind welche Da kommen wir Die kommen doch da Ich denke, die können auch von oben kommen Er kommt von hier Er steht hier vor dem Fenster direkt Wenn er rausspringt Versuch Er steht hier Da vorne steht er Ich bin tot Er ist da noch Bitte, bitte Spring raus Gib ihn Oh, da waren alle Ah, toll Da waren ja noch Egal, ist gut Vierter So, das war wieder eine Runde PUBG Mobile Man hat's gewählt Lass einen fetten Like da Bis zum nächsten Mal Wieder